Meine Damen und Herren, Ringrichter Karl-Heinz Pipelitzki bittet auf Vorstellung der beiden Boxen. So, jetzt wird's schwer. In der Gewichtsklasse, 91 Kilogramm der Männer, steht sich gegenüber, Rote Ecke, Mohamed Bilahun von Essen-Steele, Box gegen Orkan, Luka, Holzen-Kemping, dieser Kaffee gegenüber, 3x3 Minuten. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Runde 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.